Musik Ja, hallo, willkommen oder willkommen zurück zu meinen Tutorials. In diesem Tutorial geht es um das Programm S.I.W., das steht für System Information for Windows und das heißt so viel wie Systeminformationen für Windows. So, heißt also mit diesem Programm könnt ihr herausfinden, was alles in eurem Rechner drin steckt. Welche Grafikkarte, welche CPU, also welchen Prozessor und welches Betriebssystem zum Beispiel ihr habt. Doch dieses Programm beschränkt sich nicht nur auf Hard- und Software, sondern erfasst auch noch andere Sachen an eurem System. Zum Beispiel die Temperatur eurer CPU, eurer Festplatten und oder die Geschwindigkeit eurer Lüfter. So, kommen wir zur Installation. Die Installation ist eigentlich recht einfach. Ihr ladet euch das Programm erstmal aus dem Internet runter. Und zwar machen wir das mal bei ChipOnline. Der Link zu dieser Seite befindet sich unten in der Beschreibung unter dem Video. Und wenn ihr auf dieser Seite seid, dann klicken wir hier zum Download und wählen Download Server ChipOnline aus. So, dann beginnt der Download automatisch. Falls nicht, klickt ihr bitte diesen Link an. Bei uns, da geht das hier automatisch. Ihr seht, hier lädt er jetzt den SEV Setup runter. Und wir wollen das Ganze speichern. Das geht dank unserer schnellen Internetverbindung ratzfatz. So, jetzt werden wir den Setup ausführen. Das macht ihr durch einen Doppelklick oder wie auch immer. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Das Programm nachher lässt sich auf Deutsch umstellen. Nur, der Setup ist jetzt hier erstmal auf Englisch. Wir klicken also auf Next. I accept the agreement. Klicken wieder auf Next. Und hier können wir jetzt auswählen, unter welchem Pfad das Ganze gespeichert wird. Nämlich C-Program Files und SEV. Wenn euch das nicht gefällt, klickt ihr hier auf Browse und wählt euren Ordner aufs. Klickt dann auf OK oder auf Cancel. Und ja, hier unten seht ihr, wie viel Speicherplatz er braucht. Ganze 6,5 MB. Wie gesagt, ist also gar nichts. Und wir klicken wieder auf Next. Und können nochmal die Startmenü-Gruppe auswählen, in der SEV nachher zu finden ist. Nämlich SEV. Also, gefällt uns das. Wir klicken wieder auf Next. Jetzt aufgepasst. Gerade Freeware-Programme, also Programme, die man kostenlos im Internet kriegt, die installieren nebenbei während der Installation gerne nochmal andere Software. Ist es nun Skype mit seinen 1080 Toolbars oder hier Drivescanner 2011? Den wollen wir nicht haben, deswegen machen wir hier unten einen Haken hin und klicken auf Next. Und schauen nochmal, dass hier alles stimmt. Ja, stimmt soweit. Und klicken dann auf Install. Das geht auch wieder sehr schnell. Und hier könnt ihr entweder euch die Readme anzeigen lassen oder nicht. Oder ihr könnt etwas spenden. Wir aber wollen nichts dergleichen, deswegen klicken wir auf Beenden. Um dieses Programm jetzt auszuführen, nehmen wir mal den einfachsten Weg. Wir gehen in das Startmenü. Gehen unter dem Punkt Alle Programme auf SEV. So, und dann hier den mittleren Punkt SEV. Den klicken wir an und warten dann kurz, bis das Programm bei uns geladen worden ist. So. Ihr seht, das Ganze ist jetzt noch auf Englisch. Um das auf Deutsch oder auf eine andere Sprache umzustellen, klickt ihr oben auf Tools. Und dann unten auf Options. So, und dann hier unter dem Punkt General findet ihr die Language, die Sprache. Und dann könnt ihr hier auswählen, zum Beispiel German, Deutsch. Ihr klickt unten auf Save. Und sofort wird das Ganze übernommen. So, wenn ihr euch jetzt fragt, hmm, ich will aber noch weitere Einstellungen tätigen. Dann müsst ihr oben auf Werkzeuge klicken. Und dann auf Optionen unten. So, und dann seht ihr hier allgemein, wie dann die Sprache könnt ihr ändern. Ihr könnt die Netzwerkeinstellung ändern. Oder, was er berichtet, über was er berichtet, was er aufschreibt. Und dann könnt ihr zum Beispiel bei Installierte Updates einen Haken machen. Und bei Fehlender Updates. Oder Alles, Keines, den Standard. Und das Ganze könnt ihr dann wieder speichern. So. Um nun zu sehen, was euer System so alles drauf hat, könnt ihr zum Beispiel hier den ersten Punkt nehmen. Betriebssystem. Sobald ihr da drauf klickt, habt ihr gesehen, SEW arbeitet kurz. Und dann zeigt er euch an, nämlich, ich habe Windows 7 Enterprise, 64-Bit mit dem Servicepack 1. Und das Ganze ist aktiviert. Und, ja, was hier sonst noch so alles steht, ne. Ja, seit wann der Rechner läuft. Wann ich den heute eingeschaltet habe, okay, gut. Ah, ja, hier steht auch, wann das installiert worden ist. Und zwar alles in englischer Schreibweise. Das heißt, Jahr, Monat, Tag. Also am 28.04. Am 28.04. 2011. 15.06. habe ich das Ganze installiert. Jo, gut. Nun wurde ich auch noch gefragt, wie kann man denn herausfinden, welchen Arbeitsspeicher drin verbaut ist. Ja, das geht auch mit diesem Programm. Und zwar, nicht unter dem Punkt Software, sondern, ich scrollen mal ein bisschen runter, unter dem Punkt Hardware. Da nehmt ihr den fünften Punkt Speicher. So. Dann seht ihr hier schon mal, das hier oben ist nicht ganz so wichtig. Am wichtigsten ist hier unten Device Locator, Slot 1. Befindet sich also der Arbeitsspeicher in Slot 1. Steht hier Slot 1, ist ja klar. So. Die Manufaktur oder der Hersteller ist geil. Und die Kapazität von diesem Riegel sind 4 GB, also 4096 MB. Und noch ein wichtiger Punkt ist hier Memory-Typ. Da seht ihr nämlich, welchen Typ ihr habt. DDR 1, 2 oder 3. Und ich habe hier den neuesten, DDR 3. Dann seht ihr noch, mit welcher Taktfrequenz das Ganze arbeitet. Nämlich mit 667 MHz. Das entspricht DDR 3, 1333. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Und, ähm, ja. Wie gesagt, es ist total einfach. Und man muss nicht mal den Rechner aufschrauben. Und da reingucken kann man natürlich auch machen. Aber auf einigen steht das zum Beispiel nicht drauf. Apropos Gehäuse aufschrauben. Ähm, damit euer Gehäuse nicht nachher überkocht, könnt ihr nochmal die Sensoren kontrollieren. Die Sensoren gibt es in den meisten neun Gehäusen drin. Sind genug drin verbaut. Und auch jede Festplatte hat seinen eigenen Sensor. Diese Sensoren messen die Temperatur zum Beispiel. Und, ja, das war es meistens auch schon. Bei den Lüftern zum Beispiel könnt ihr hier sehen, mit welcher Geschwindigkeit die arbeiten. Aber wir schauen uns erstmal hier oben das an. Und zwar werden hier die Spannungen eures Netzteils überwacht. Ihr seht, was für ein Mainboard ich hier habe. Und was für eine Spannung darauf anliegen. Nämlich am 12 Volt Anschluss kommen auch 12 Volt an. Wäre ja schlecht, wenn das nicht so ist. Eine kleine Schwankung sind hier öfters mal drin. Also, ob jetzt 11,98 oder 12,08. Das ist eigentlich völlig egal. Solange da 12 Volt ankommen. Genauso verhält sich das bei den 5 Volt. Oder bei den 3,3 Volt Anschlüssen oder sonstigen Anschlüssen hier. So, dann gehen wir mal weiter zu den Temperaturen. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie viel Grad euer CPU, euer Prozessor gerade hat. 45 Grad. Das ist wunderbar. Das Licht in dem vertretbaren Rahmen. Und das Mainboard, kühle 29 Grad. Und da könnt ihr hier auch sehen, wie das mit den Lüftern bei euch aussieht. Denn hier steht drin, mit wie viel Umdrehungen, Rounds per Minute, also Umdrehungen pro Minute, sich diese Lüfter drehen. Ja, das sollte auch recht konstant sein. Also, es kann mal sein, dass der Lüfter mal ein bisschen schneller sich dreht. Weil der Rechner gerade mehr zu arbeiten hat. Aber, wenn hier zum Beispiel jetzt 0 stehen würde, dann müsste ich wohl mal mein Behäuser aufschrauben und mal sehen, was da los ist. Denn, wenn die Lüfter nicht mehr arbeiten, dann überhitzt natürlich euer System. Und, das wollen wir ja nicht. Das würdet ihr dann auch hier zu sehen kriegen. Ihr seht zum Beispiel, ich habe ja vier Kerne in meinem Prozessor. Die seht ihr dann alle hier. Ist ein bisschen blöd, dass das jetzt bei 0 anfängt. Geht also nur bis 3. Aber, die Temperaturen von denen sind alle in einem guten Bereich. 26 Grad. Und, was für den Leistungen denn hier zum Beispiel der Prozessor verschlingt. Ganze 104 Watt. Wie das mit den Festplatten aussieht, das seht ihr hier. Meine Samsung zum Beispiel hat eine Temperatur von 33 Grad. Und, meine andere, Western Digital, hat 37 Grad. Meine externe Festplatte wird jetzt hier wohl nicht angezeigt. Die hat wohl keinen Temperaturfühler. Also, wenn ihr eure Festplatte hier nicht seht, keine Sorge. Die funktioniert noch. Allerdings hat die dann wahrscheinlich keinen Temperaturfühler drin. Was auch noch recht wichtig ist, und bei neuen Grafikkarten könnte man da auch ruhig mal einen Blick reinwerfen, ist die Temperatur der Grafikkarte. Daran seht ihr zum Beispiel auch, ob ihr noch irgendwie da in den nähen Lüfter packen müsst, oder ob ihr die noch zusätzlich kühlen müsst. Was aber meistens nicht der Fall ist. Zum Beispiel hier auch nicht. Meine Grafikkarte läuft gerade unter 36 Grad. Ihr seht auch, welche Spannung da dran anliegt. Oder, wie sich der Lüfter dreht. Wie schnell. Und hier unten steht noch in Prozent, wie stark der Lüfter ausgelastet ist. Also, wenn ich jetzt ein Spiel spielen würde, dann würde sich das dementsprechend erhöhen. Und man würde die Grafikkarte auch hören. Denn im Moment höre ich sie nicht. Viel Gerede, ich weiß. Aber ich hoffe, ich habe damit alle Fragen beantwortet, die zu diesem Programm noch sind. Sollten noch weitere Sachen auftauchen, dann könnt ihr jederzeit hier oben den Fragebutton benutzen. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar mit dieser Frage unter das Video posten. Da lasse ich euch Freiraum. Und ich hoffe, wir bzw. ihr seht mich in einem meiner nächsten Videos. Über ein Abonnement würde ich mich von euch gerne freuen. Es hat ja auch Vorteile für euch. Ihr verpasst dann keines meiner Videos mehr. Ja, im Kanal sieht es ja auch immer gut aus, ne? Das war es von mir aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal.